So, herzlich willkommen zurück. Ich hab das hier ja nochmal durchgespielt. Ich musste ja nochmal von Anfang an machen, weil, ja, Computer neu hoch, also neu aufgespielt und damit alle Spielstände weg. So, hab ich das hier alles nochmal gemacht. Mit dem Heini hier. Mit dem Nagelpistolen-Heini. So, es ging diesmal auch alles schneller. Also das hier jedenfalls. Ich hab nämlich viel zu spät gemerkt, wo ich eigentlich bin. So, und diesmal lass ich auch die, ähm, ich mach das Spiel jetzt nicht mehr so hell. Das letzte Mal hab ich das so hell gemacht und hab dabei aber verpasst. Das erstens macht der YouTube sowieso beim Hochladen das Spiel dunkler. Zum einen. Und zum anderen nimmt das Aufnahmeprogramm, was ich habe, das Spiel im Original auch. Also, ja. Also die, wenn ich das so heller gemacht hab, dann ist das nur für mich heller gewesen. Nicht, aber für euch. Dadurch sind einige Stellen im Spiel ziemlich dunkel gewesen. Das heißt, wir machen das jetzt generell im Standardmodus und benutzen dafür einfach öfter mal die Taschenlampe. So, und hier waren wir stehen geblieben und jetzt weiter. Oh, ich hab nämlich gerade so viele... Ich hab nämlich gerade so viele Granaten verschossen. Was ist das? Hallo? Das ist wahrscheinlich nur ein Dummy. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Oh, das ist von dem hier. Und ich bin voll. Ja. Okay, dann war ich einfach voll. Gut. So. Von da hinten kommen wir. Also jetzt hier lang. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was hier noch kommt. Ich hatte ja schon mal, wie gesagt, vier Stunden gespielt. Das wurde aber nicht aufgenommen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was hier kommt. Erst mal kommt Scheiben einschlagen. Für bessere Sicht. Ach. Und diese Stühle, an denen man hängen bleibt. Und ich muss sagen, ich meine, ich spiel das ja jetzt auch alleine. Aber alleine und zu wissen, dass man das nicht hochlädt, dass dann also keiner sieht, wie man hier verschreckt weggestorben ist. Das ist viel schlimmer, als wenn man das jetzt hier spielt und dann es im Anschluss irgendwie lobt geht. Könnt ihr mir glauben? Habe ich gerade gemacht. Ich glaube, den erwische ich nicht. Also erst mal hier. Ach, verdammt. Na. Oh. Nehm ich. Äh. Wie ist das? Ach doch, habe ich mit. Ah, wunderbar. Ich dachte, ich habe das nicht mehr mit. Ich klicke dauernd jetzt halt schon Tasten. Ja, ich glaube, ich habe ein paar mehr Medi-Kids verwendet. Jetzt das letzte Mal. Als sonst. Also jetzt. S5, ne? Aber mein Liebling ist ja dann doch eher das richtige Speicher. Nein, Sicherheitshalben. Falls es nicht auch nicht in neuen Speicher stattfindet. Damit ich doch wieder anfangen kann. So. Oha, genau. Das war super klug. Astrologisch. Super intelligent. Ah. Meine Schritte sind einfach zu groß. Hallo? Hallo? Da ist einer. Oh. Ja. 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 Da war noch einer. Zum Glück spiele ich das in FIFA. Das heißt, ich sterbe nicht gleich durch jeden Schuss. Bei dem, äh, als ich das hier wieder bis hierher durchgespielt hatte. Da war ich an einer Stelle, da verlor ich auf einmal ganz schnell und ganz viel Leben. Habt ihr nicht verstanden. Dann bin ich mal in die Option gegangen. Oh, zum Schluss. Und hab gesehen, dass ich es in Mittelspiel gespielt hab. Und da hinten die Spaßküten. Ich hatte gerade noch so viel Schönen, so schön viel Leben. Wieso sind es hier so viele? Und jetzt noch der andere Spaßküten. Ähm. Ja. Juhu. Ähm. Sicher ist sicher. Ja.